IDEMA Sun Energy, Spezialist für nachhaltige Solarinvestitionen und professioneller Partner auf dem Weg zur Netzparität. Von der Projektentwicklung, dem Finanzierungskonzept und der Planung bis hin zum Anlagenbau und der technischen Betriebsführung bietet IDEMA Sun alle Leistungen für erfolgreiche Photovoltaik-Großanlagen aus einer Hand. Mit unserer langjährigen internationalen Erfahrung in der Realisierung von Solarkraftwerken möchten wir dafür sorgen, dass auch Ihre Energievorhaben weltweit Realität werden. Schnell, sicher und rentabel. Deshalb stehen Ihnen in jeder Projektphase das Know-how unserer Ingenieure, unsere Logistiker und eigene Montageteams zur Verfügung. Schon beim Engineering, der Entwicklung und Zusammenstellung der Komponenten, der optimalen Flächennutzung und Anlagenauslegung legen wir den Grundstein für höchste Effizienz und maximierte Erträge. Der Anlagenbau erfolgt zuverlässig, fachmännisch und termingerecht. Auf jedem Terrain und überall schaffen wir die solide Basis. Ein eigener Maschinenfuhrpark und geschulte Mitarbeiter bedeuten Kosteneffizienz und Präzision. Das Know-how unserer Ingenieure garantiert reibungslose Baukoordination und Qualitätskontrolle. Erdarbeiten, Gestellmontage, Modulinstallation, Mittelspannungstechnik. IDEMA Sun übernimmt die Umsetzung von A bis Z. So werden aus komplexen Projekten und Plänen leistungsstarke Solarkraftwerke, die über Jahrzehnte attraktive Renditen bringen. Damit die Anlagenerträge während der gesamten Laufzeit konstant hoch bleiben, bietet IDEMA Sun auch für die Zeit nach der Inbetriebnahme umfangreiche Servicepakete an. Von der Wartung und Fernüberwachung bis hin zur kompletten technischen Betriebsführung. Sauberen Strom sicher und wirtschaftlich gewinnen mit einem kompetenten und verlässlichen Partner. Das ist unsere Idee von der Energie der Zukunft. Lassen Sie uns über Ihre Pläne sprechen, lernen Sie unser flexibles Leistungsportfolio näher kennen und fragen Sie nach Ihrem maßgeschneiderten Angebot. IDEMA Sun Energy – Solar Power Plans – Next Level IDEMA Sun Energy – neue Betriebsführung. IDEMA Sun Energy – cet 3.30 Uhr – Next Level